Alle ready? Ja. Nice. Zack, zack, los. Hang, 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 haben die alle, hang, hang, hang. Lukas, da kann ich gar nicht nachher offline gehen mit der Begründung, dass ich Fußballspiel gucken möchte. Ja, oh, oh, oh. Führt Lotte schon? Haben die überhaupt schon angefangen? Nee, 20, 30. Abgesagt. Abgesagt? Oh, oh. Gegen heftiger Schneefall. Sonst kann ich mal nicht so anstehen. Genau, hätte ich doch ohne Übels kassiert, wahrscheinlich. Oh, der Poe Eyewasher ist draußen. Das müssen wir langsam spielen. Das müssen wir ganz definitiv spielen, weil es gibt keinen Washer. Nee, also ich bin doch nicht aus der Spielersuche raus, ne? Hä? Bei mir steht mit Rang und wir haben vier Leute gefunden. Ja, vier Leute. Naja, das wäre kein volles Team gewesen. Hab ich ja gesagt. Ja, das war ja auch gecallt, weil der eine, der rausgeflogen ist, oder rausgegangen ist, Ähm, Eyewash hieß. Als ob es jetzt hier... Es ist doch kein... Da ist er doch wieder. Als ob das... Guck dir mal das Bild an, was Sportshow gepostet hat. Das ist doch kein fairer Schneefall. Ich hab die nicht bei Facebook geliked und ich krieg grad die App nicht geöffnet. Äh... Äh... Machst du nichts, ey. Da machst du nichts. Machst du nichts. Machst du da. Machst du, machst du nichts. Machst du gar nichts. Okay, Pasi, wie müssen wir jetzt vorgehen bei dem, äh... bei dem MEG Pro Rush da? Ja, einfach mal callen, wenn die Falsche aufgeht. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass das mit Tibana gemacht worden ist, ne? Aha. Ja, ich habe manchmal so ein Gefühl, dass das, eigentlich macht das ja Geräusche, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das einfach gar keine Geräusche macht. Ja, was heißt Gefühl? Ich habe schon manchmal mitbekommen, dass das kein Geräusch gemacht hat. Ich habe eine Drohne. Okay, alle Fenster habe ich. Okay, gut, ich habe gut daneben geschossen. Ich habe noch zwei Wände, wo müssen sie noch? Na, im Raum irgendwo. Weißt du mal gucken, ob da wichtige Räume habe ich schon gemacht. Naja, dann müssen wir eigentlich alles haben. Die normalen Tieren könnt ihr jetzt schon mal zumachen. Ich habe hier eh keine krasse Tür mehr. Ich mache hier die Haupttieren. Ich schieße es jetzt auch zu. Das Gerät ist vorhanden, mit dem Spray. Okay, Glass, aufpassen. Zuletzt wird mir eigentlich klar, dass wir uns über solche Typen wie Passi mal total aufregen. Ich habe vier Sachen gefrackt. Ja, das ist es ja, aber die Typen, die auch so spielen, die schreien, die böse Nachrichten, die durch Ehen gekillt werden. Also durch Passi oder durch, was weiß ich, wer. Ja. Ja, die kommt ja zum Glück nicht durch, aber... Weißt du eigentlich, wen du geholt hast, Passi? Nö. Okay, schade. Also, wenn einer in deine Richtung kommt. Okay, die... Ja, Glass Sprayt hier durch die Fenster. Ja, lass den mal Sprayen, da der Machen soll. Joa Mio. Wir machen den Boden auf. Okay. Ja, hoch gehe ich mal nicht, das ist, glaube ich, zu Whisky. Ja, ich glaube, ich muss gleich runter. Ich glaube, ich darf schon wegen den Fenstern, ne? Ja. Okay, wegen Fuse muss man aufpassen. In der Küche irgendwas? Kann er irgendwas sehen? Keine Ahnung. Mir wird aber gerade irgendwas aufgeschlagen. Oh ja, ist was, ist echt drin. Ah, jetzt ist echt nicht mehr drin. Kommt das noch von oben oder von Küche? Oben, Küche ist clean, Küche ist clean. Fenster sind noch zu. Ist doch irgendwo was runtergesprungen. Ja, das habe ich wahrscheinlich hier in den Raum dann da. Da ist ja auch noch ein Fall hier. So ein bisschen Blick zum... Versuch's am Fenster. Fenster sind gemütet. Bösende, ja. Weiß aber nicht, welches Fenster sind's. Ja, lass zu auf jeden Fall. Lass einfach zu. Da ist jetzt was drin. Ja, die haben hier gerade den Störsender kaputt geschossen. Ich glaube, das war mit Switch. Also aufpassen. Hat gerade wieder jemand versucht zu zünden. Treppe! Kommt Glass! Boah, der hat mich mega angefraked, Alter. Doch ein AVS gerade zu stört. Ach, hier ist die Falltür auch auf. Wo, Küche? Ja, Küche ist Falltür auch auf. Ja, Doppeltür, also Haupttür geht auf den Flur. Oh, ich wollte nochmal entdecken. Schieß von der Treppe oben. Ja, das müsste dann in der Ecke stehen. Auf Füß! Ja. Servus, Richter kommen. Das ist gut. Schön. Da bin ich! Ich hab dich da versehentlich nochmal angefrackt, Stefan, weil ich da auch ein Fuse versehentlich... Okay, die Sparekulierung ist auf, äh, wenn... Ja, der bliegt wieder. ...wenn ihr... ...Boote spawnt. Geht nicht da die kleine Treppe hoch, zu dieser grünen Fläche. Nein, einfach gar nicht. Sondern geht unten lang, oder einfach gar nicht, das Spawnt. Würde ich auch empfehlen. Ja, und du bist der erste, der reinrottet. Oh, ney! Oh, ney! Mach einen Schritt nach links! Gut, die schulen wir den jetzt! Oh, ney! Oh, ney! Der hat mich schon wieder gekriegt! Was was? Die sind unten, ähm, Boote. Also, ähm, Garage da, Bootsgarage. Heißt du Bootsgarage, der Lachs? Stell mal in die Drohne jetzt... Okay, ich dachte, du wirst ja falsch hier... Stell mal in die Drohne jetzt gleich. Da unten ist Mute, ne? Also du kommst dann nicht rein, pass ihn. Naja, ne, ich fahr oben rein und dick oben. Ich hab in die Kamera schon... Voll asozial, Franzi. Guck mal, früher konntest du mal hier diese Scheibe kaputt machen. Wenn du dagegen springst. Ja, voll asozial. Jäger ist auf jeden Fall nach oben gelaufen. Ja, Frost. Bei dem Fenster oben... Frost ist wieder in die Oma. Das Fenster, da ist ne Matte. Frost hat sich auch in die Toiletten verzogen. Ja, die stinkt auch ein bisschen. Da ist einer drüben. Jäger ist drüben. Jäger ist, äh, Tower. Wo ist denn jetzt der Oma? Achso, jaja, der schießt gerade auf meine Drohne. Also, der kriegst du nicht. Also momentan T-backt er meine Drohne. Also, aktuell ist der Erdgeschoss. Jetzt läuft der Übergang. Der ist rübergelaufen wieder. Ah, er läuft zurück, also. Jaja, jetzt wieder Übergang. Ich bin jetzt raus aus der Drohne, um zu fetchern. Mach da unten mal easy auf und dann gucken wir mal. Und meine Claymore. Ja. Ja, ist Hatcher, oder? Jo, ich bin da. Zwei Störsender geholt. Du willst bestimmt rein, Stefan, oder? Ja, aber bei dem linken Fenster, wo ich reingeschossen hab, da ist ne Matte. Ja, ich weiß, hab ich, glaub ich, heißt nicht, dass ich da nicht reinspringe, aber ich weiß es auf jeden Fall. Ach, dann steht einer schlicht, vor der Tür, der hat sich dann Schild hingelegt. Also, bei der Tür liegt der. Ja, Stefan kann's rein. Ja, genau, Bandit ist das. Ach, dann liegt der da hinter nem Schild, und deshalb seh ich den. Ja, ich brauch hier Drohne, ne? Ja, ich kann, ich kann Drohne übernehmen. Äh, eine, die da muss, ja, ja, die seh ich. Nein, er lag auf dem Flur, eben, unten im Flur. Ja, gut, war das. Ich bin da. Ich hab ihn aber. Ja, sehr gut. Und, Daniel, was du kannst. So, Frooke war eben im Flur unten, Franz, ne? Also, links lag der eben. Ja. Ja, der, die... Ich glaube, ich sehe schon, dass... Ah, ne, der ist... Der ist noch im Flur, links vom Badezimmer. Ich sehe noch ein Laserpointer beim Boot. Und einer ist auch unter der Treppe. Ja, unter Treppe, genau das. Aber der Treppe... Den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Feindliche Antivitäten, Bedrohung, Neu-Hausch. Fuck, ich Idiot. Verlierung des Behälters beenden. Pass auf, meine Quelle, mein der Step is back. Ja. Autschen. Fuck, ich bin voll angekesselt. Fuck it. Leg dich auf den Boden und spring runter. Mit Sicherung des Behälteres beenden. Kürzen. Ach, scheiße. Nein! Fünf Sekunden übrig. Fünf Sekunden übrig. Eigener Druck wurde eliminiert. Oh, hätte er mein Bein nicht gesehen. Ah, die Nutze. Shit. Na ja, haben sie schon mal das Ding gewonnen. Aber wer ist auch... Machen wir Mira, ja? Nehmen wir Mira da unten? Gehen wir auch da runter? Aber es... Ja. Im Nebenraum kann man die gut... Na, ich weiß nicht, ob der Mira so gut ist. Das hat man ja schon mal an der Außenwand. Ja, aber... An der Dreierwand außen, da habe ich schon mal welche gesnackt dadurch. Achso, du meinst mit dem... Ähm... Mit Jäger... Äh, ne, Bandit. Nee, ich meine, da habe ich das Fenster aufgemacht und dann habe ich die Deutel da unten geschossen. Ja, aber das ist immer riskant, gerade bei... Ich meine ja nur. War ja nur ein Vorschlag. Ich meine, mir ist es total egal. Ich biege auf und lief. Ich muss mit dem Loch nicht leben. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Gehälter sozialisiert. Ich habe die Wand verstärkt! Ah, die Drohne ist weggefahren, Daniel. Ich wollte hier gerade nochmal gedrohnt. Ja, ich habe sie. Okay. Eine Wand hätte ich noch. Ähm... Ja, kannst du die eigentlich aus... Stefan, bleibst du da? Ja. Soll ich die Flurtür oder die Doppeltür jetzt mit Kassel zumachen? Doppeltür zu. Okay. Okay. Kann ich sie noch ausranden? Ja, nee, ja. Mach ich. Bleibt Stefan halt im Raum zurück. Okay. Ich bin falsch, Passi. Ja. Aber die kommen da gar nicht. Einer unten ist Garage, einer Passi. Der guckt aber... Welche Seite denn? Ähm... Der guckt jetzt zu dir rein, Vorsicht. Der kommt von rechts. Ja, fuck, da war mir. Einer ist oben auf dem Dach. Ja, okay. Achso, ich dachte, ihr werdet vielleicht über uns, aber ihr seid weder ganz woanders, ne? Ja. Ah, das war scheiße. Okay, die können jetzt auch oben bei der Falltür reinkommen. Ja, ich glaube, die sind über uns reingekommen. Nice. Das war Ash. Ach, scheiße, Mann. Fuck it up. An Snacks Ideale. Ich mach Camp-Arbeit, ne? Stefan, zeig dich nicht so offensichtlich. Hab mir mal kurz geguckt. Siehst du das? Ob da einer kommt? Ja, ja, ja. Andere Seite sehe ich auch. Du kannst in dem Bootraum generell bleiben. Shit. Ja, geht da. Bleib da drin, bleib da drin. Zum Glück konnte der die Granate noch nicht kochen. Bleib da drin, bleib da drin, bleib da drin. Ich sehe beide Seiten. Also, diesen kleinen Bootsraum und die Treppe runter. Oh nein, der hat da... Oh, fuck, warte. Du's? Welche ist aufgegangen bei mir? Ey, Twitch-Drohne. Kommt, Doppeltür. Okay, das waren alle Fuse-Ladungen. Okay, hier sind Löcher jetzt drin in der Wand, Daniel. Ja, Twitch-Drohne ist bei dem kleinen Boot im Vorraum. Äh, der ist da noch runter, der ist da noch runter. Fällt dir jetzt runter, Stefan. Der ist unten. Der ist unter der Treppe, unter der Treppe hockt der. Und ein anderer ist da auch noch, ein anderer ist da auch noch. Ein hinten Gang. Der kommt nochmal, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Markiert live. Alter, mit was hat der mich getötet? Kali. Der ist da immer noch im Nebenraum. Hab die, hab die Drohne, hab die Twitch-Drohne. Äh, der eine ist hinten im Gang, der ist live markiert. Der ist quasi direkt hinter dir an der Wand. Direkt hinter dir. Was? Der ist da. Gehört. Doppeltür ist noch nicht, der ist immer noch da. Der ist immer noch da, live markiert. Und andere Seite, andere Seite, andere Seite auch. Doppeltür. Doppeltür auch. Da, der steht direkt davor, der steht vor der Tür. Und zwei sind da noch. Frank, kommen wir nicht rein. Fliegt aus. Nice, Daniel. Ja, wäre ja Glück, der das nicht so schnell gekriegt hat. Ja. Ja, Glück, dass wir die Fuse-Ladung genauso gut überstanden haben. Ja, das war echt Lack, ja. Zwei zu uns reinrauen. Und ein Boot durch die Auslagerung. Die können jetzt nicht mehr. Die können eigentlich nur. Ja, die werden jetzt wohl irgendwo umgehen, ne? Ja, wo Fenster sind. Wollen wir mal gucken. Mensch, Tower. Können wir auch vorstellen, Tower. Habt ihr das bei? Mensch, hausü. Aber das ist schon bemerkenswert. Daniel und Lukas haben die Runde überlebt. Das Fuse überlebt, aber haben nicht einen angefragt oder eingetürt. Ich hab einen angefragt am Ende, als ich da die ganze Zeit durch die eine Wand geschossen habe, aber... Ich meine, als ist es gezählt. Achso, nee, ich bin in der Angriffsrunde blöd gestorben. Ja, ganz oben. Ja, Tower. Jäger haben die wieder. Ganz oben. Frost. Also aufpassen, wenn wir Frost fallen. Die Brasilianerin. Kavera. 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 Gutes Drohnen-Ambi, Kollege. Einer fehlt noch. Ist das Bandit? Ne, wir hatten die Bandit, ja. Aber eben hatten die auch Mute. Ich glaub, Bandit war's. So, bisher ist keiner rüber gelaufen. Aber ich geh jetzt auch aus der Drohne raus. Ja, ist Bandit. Wir haben die vier Wände rumverlachst mit Strom. Ja, wir machen doch bestimmt Tower, also... Genau, wir gehen über Tower rein, ja. In den Tower, ja, genau. Über Geisterraum, ne? Genau. Oh, Pasi, äh, ich wollte ja da mal reinfusen, vielleicht? Ja, geh rüber, dann mach die anderen. Halt dich aber bei der Zeit, ne? Ja, ja, klar. Ich glaub, da ist aber nichts drin, kann das sein? Ah, nix kaputt gemacht. Ah, die sind in Raum weiter, aber. Hm. Ja. Oh, okay. Ah, ich hab einen. Oh! Da ist einer sogar im Eingangshalle. Nice. Ja, dann hast du noch eine Drohne, dann kriegst du da mal... Oh, die sind raus, die sind raus, die sind raus! Hinter, hier, hinter, hier, hinter, hier. Oh, nein! Pasi. Ja, ich wusste nicht, wer ab das Fenster oder Tür war. Ja, ich... Ab dem AVS und du bekommst mal das... Ach, fuck. Aber da war einer, da war einer drin, ne? Da ist einer auch im Raum, im Geisterraum. Wo? Ist noch einer, ja. Wir müssen Druck machen, 1, 10. Hier ist er an der Tür. Ah, jetzt hat er... Also, konntest du in diesen Nebenraum gucken? Konntest du in diesen Nebenraum gucken? Nicht ganz, nein. Da ist er, da ist er hinten. Stefan, da hinten ist er. Oh, Mann. Ach, dann steht der Google-Hanger da. Ich sitze in den aufeinander, aufpassen. Ja, die kommt jetzt von hinten. Oh, ne, doch nicht. Ja, ich hab... Doch, die ist da. Na, geh einfach rein, die muss ja länger nach dem Weg laufen, wenn die Zeug will. Also, also, neben dem Loch, da, wo ich reingeschossen hab, da ist sofort auch Buch da hinten dran gewesen. Hach, sofort hach zum Loch. Oh, Daniel! Okay, der ist weg. Verwehren, es geht zwei noch. Ihr beiden müsstest du da euch machen. Der Ecke gewechselt. Keine zwei Tinten. Das ist draußen im Flur, schon, Stefan. Achso. Boah, Stefan, ey, nice Runde. Ja, fast schon, Stefan. Aber man sollte halt nicht mit Laserpointer spielen, weil Frosts Laserpointer hab ich an der Wand gesehen. Da wusste ich, dass die da irgendwo, wo ich halt hingeschossen hab, sitzt. Der ist dieser MLG-Typ, ne? Der Bandit. Ähm, probier wir auch, den Raum zu verteidigen. Also, das... Das hat es kürzend... Wache-Büro, ne? Also, Serverraum? Ja. Müssen wir auf ein Fenster in die Castel-Mutechnik machen. Ja, ja, klar. Ja, ich schaffe es mich auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich töte... Ich wäre froh, wenn ich überhaupt mal einen töten könnte, ne? Ich würd' sagen, dann chillen wir jetzt kurz, dass, äh, Lukas... Wobei... Hauptsache... 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 Mach ich auch die, die Vierer Außenmand hier, oder? Mit Strom? Ja. Würde ich auch machen. Die Zweier wenigstens. Wissen wir nicht. Ja, wenigstens die Zweier. Von mir aus kannst du... Ja, die Fenster sind auf, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viel... viel... Castle. Ja, ja. Drei Castle-Fenster sind... Also alle Fenster sind gecastelt. Oh, ich hab was vergessen. Oh, Twitch haben die. Hab die. Nice. Nice. Hab eine Drohne. Ich hab noch eine Wand. Auch eine. Hier war noch irgendwo eine Probeinigung. Muss runter. Okay, Tieren zu machen. Eine Drohne. Du schützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Kommst du noch rein? Ja, ich komm wieder rein. Hab ich hier auch zu im Nebengefangenen? Oder soll man hier auflassen? Achso, der Stefan. Da, da, da. Da kannst du... Achso. Hier kannst du rein und zu machen, wenn du willst. Ich bleib hier in dem Raum. Ich wusste jetzt nicht, was du meinst. Vielleicht raussprayen. Wollt's sprayen? Seid ihr genügend in der Verteidigung? Na gut, dann geh ich hier rein. Im Grunde ja. Ja, wir sind zwei hier und dann hier das Raum ist. Ich bin nochmal... Ich bin nochmal hochgekommen, weil hier aber gerade... Also Dani ist im Raum und ich bin im kleinen Nebenraum. Hier kommt einer rein. Hier kommt einer rein. Stefan hier in den Nebenraum. Ja. Ja, Ash ist verletzt. Sie ist das Dach runtergedingst. Genau. Das ist Zeit für uns. Fuck. Hm. Da macht die nochmal Stopp, die Hure. Fusen? Hm. Okay, wir dürfen hier nicht rein fusen können. Twitch habe ich schon die zweite Twitch-Stelle haben, jedenfalls, ne? Ja, na, ist das gut. Ich glaube, die kommt gleich die Treppe hoch, Pasi. Sauber. Äh, Twitch. Äh, Twitch habe ich auch gewähnt. Ja, Twitch. Ja, Twitch. Von wo kommt die? Oh, nein. Ah, Ash hat mich jetzt. Äh, die hat von außen noch... Bei dem Modell da. Die ist gegenüberliegendes Dach gewesen. Äh, kein Raum da getötet. Okay, gut. Dann braucht ihr noch ein bisschen. Äh, Fensterflür. Da wurde das Fenster aufgemacht. Ja. Richtig. Und Pasi. Ach, da kommt die, Mann. Oh, hinten kommt die rein. Ach. Was heißt hinten? Ähm, also über Dacht, Tür. Twitch kommt hoch, Klappe hoch. Ja, Twitch kommt hoch. Ja, Twitch kommt mit der Kamera. Von oben. Oder? Ist da eine Pfeiltie? Oder ne? Wieso hat das denn geklappt, ey? Scheiße. Er kommt doch durch. Haupttür kommen die jetzt rein. Haupttür, Haupttür. Noch mehr Haupttür. Ah, fuck. Ah, fuck. Wieso haben die da da reinfusen können da gerade? Und aussprengen. Fuck, ich mich auch. Vielleicht hat der Twitch das Ding noch weggekriegt? Den Störer oder sowas? Aber Franz hat sie ja eigentlich bei dir geholt. Nee, ich hab ja die... Ich hab ja die Beindrohnen geholt. Oh, Scheiße. Ich hab ja noch neuerdings frei. Ja, okay. Vielleicht durch die Haupttür. Glücklich gesprayt oder so. Na gut, das können... Ja. Das ist ein Uncool mit dem Fuse. Ach, jetzt kriegen wir die. Ja. Die können nur Keller. Nee. Achso, die können nur Keller. Die können nur Keller. Ja, ich hab's verstanden. Entschuldigung. Kennen. Kennen. Nee. Nee. Na Daniel und ich haben jetzt beide einen Kill. Uuh. Nee. Stefan ist doch keinen Schritt näher an die 10 gekommen. Nee, ich hab Ashleiner nicht gekriegt. Die ist... Als ich einen Schuss setzen wollte, ist sie vom Dach gesprungen. Also gekrochen. Hat die extra gemacht, ne? Ich glaub, die sind wieder oben. Ja, die Tower oben. Ah, die kann man sich lieber umlaufen. Einfach mal aufpassen, ne? Vielleicht einfach mal aufpassen. Ja, muss man vielleicht einfach mal aufpassen. Wer bist du? Das ist Ash, ne? Na gut, du hast keine Clamer. Also noch was kann man drüben gemacht. Okay, die drei hab ich schon mal gescannt. Da ist noch ein Engländer dabei. Das ist Frost, die haben wir schon. Äh, Jäger. Hä, wo sind die anderen hin? Nein, aber hier unten. Oh, die haben Falt hier unten auch. Auf. Nee. Oh, nein. Daniel, du hast nur zwei Minuten Zeit. Ich glaub, ich schau auch hier hin. Ja, einer ist rüber. Puls ist rüber. Der ist jetzt Haupttür. Haupteingang. Puls chillt da unten in die Richtung. Der ist jetzt schon bei der Doppeltür hinten bei dir. Kann der durchs Fenster oder durch die Tür? Durch. Auf. 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 Im Sprengbereich. Puls. Der kam, der ist einfach über den Übergang gelaufen. Der ist dann links zum, ähm, zum Flur gelaufen. Oh, führ ich schon auf. Verletzungsassist habe ich bekommen. Ja, ich hab ein. Oh, ich hab ein. Du musst doch mal in den Raum reinführen. Da sind zwei, drei Stück drin. Haben wir irgendwas, dass, dass ihr uns nicht hinten umlaufen könnt, Franzl? Ja, das war ein Störer. Ich hab immer gelegt. Okay. Äh, ich komme Stefan. Ich komme, ich komme, ich komme. Habe ein Verletzter drin. Obloch hier. Sollten wir uns, sollten wir uns gleich. Der will ein, der will ein, der will ein, der will ein. Ich bin unterwegs. Sollten wir uns gönnen, dass wir da reinfusen. Ich hoffe, das reicht von hier oben. Nein, Störser noch. Jetzt hab ich durch den Boden geholt. Der ist, stoppt runter. Jawohl, das war der, den ich da hatte. Zweistellig. Oh, Stefan. Daneben ist noch einer drin. Wir sind daneben, in dem Nebenraum im Kleinen. Oh, Puls ist hier noch. Puls. Ja. Toll. Naja, egal. Ich bin zweistellig, das ist nicht so schlimm. Pasi hat mehr Punkte. Verdammt. Noch ein bisschen Zeit raus, wenn Pasi da mit Daniel wieder rein kann. Oh, hallo Daniel. Ihr macht das, die sind nur noch zu dritt. Oh, Puls. Boah. Boah. Hast du das gesehen, Franz? Hast du das gesehen, Franz? Oh, okay. Ich hab irgendeinen noch down geschossen. Oh, Frost hat auch noch ganz wenig. Wo ist denn die eigentlich so genau, dass ich da stehe? Hast du das gesehen, Franz? Hast du das gesehen, Franz? Ja, ja, ja. Krass, oder? Das war ja derbe. Frost. Auch One-Shot, ne? Ja, durch den Schlitz. Beteiligen. Karten-Mirot besser funktioniert als Boot. Ja? Okay. Ja. Auf jeden Fall. Die sind da noch nicht. Also, wir waren da noch, Stefan und Daniel und ich waren da, glaube ich, noch zu dritt. Aber ich hole die Schrotze-Fotze. Kann jemand Bandit übernehmen? Ohne Schrotze. Achso. Ich würde gerne nach Anker spielen, aber das geht wahrscheinlich nicht, ne? Wir sind eh noch nur zu viert, gerade, ne? Ja. Ist drauf. Schau an. Ach, scheiße. Ohne Schrotze. Ah, jetzt haben wir noch so ein Rad gehen. Es wird lieber besägt. Fisch. Wo sind wir jetzt eigentlich hingegangen? Ah, hier. Ich hab das leider noch nicht ganz gecheckt, dass Daniel rausgeflogen, also noch nicht wieder drin war. Wir machen Falltüren, dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, fuck. Ich würde die Falltüren machen. Passiv. Achso, ich bin schon unterwegs. Achso, ich bin schon unterwegs. Achso, ich geh aber auch hoch, ja? Ja, mach's. Dann bleib ich hier defensiv, oder? Ich hab dir defensiv bleiben, passiv. Geh du Sprayne. Das kann's der. Ja, das kann's der. Das kann's der. Ja, pfff. Das kann's der. Mit Schwone hab ich. Ohne, muss hier noch eine Wand lassen. Ne, Sprayne werde ich hier nicht machen, weil... Ist halt zu weit weg. Seine Wand hab ich noch. Äh, Haupttür, 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 Haupttür. Die Drohne der Gegner hat den Biomar- und Behälter lokalisiert. Okay, Franzi, aber pass auf, ne, wir haben keinen Mute. Was? Ich weiß. Ach, hier ist schon mal die Twitch-Drohne. Als ob die... trifft. Sorry, Biga. Ich hab grad gesehen, ich hab noch ne Wand. Ach, ich hab. Du schickst, ist grad. Wir haben jetzt aber keine Falltür verstärkt, ne? Doch, die hab ich. Ja, bei mir sieht die nicht verstärkt aus. Langer Gang, von Übergang kommen die. Ich hab euch. Oh, das war... Scheiß. Ist abgestutzt. Küche ist was? Oh, Kali! Oh, ich bin fast in die Kali gerannt. Ich hab gestern Blick. Alles klar. Ach, shit. Glas hab ich nur auf Hälfte runter. Die haben glaub ich auch noch IQ, wenn ich richtig geschaut hab. Küche ist auf jeden Fall was, ne? Ja, Franz hat zum Glück. Ja, guck da, Franz hat. Ich hab da einen Blick. Und über euch auf jeden Fall trammelt was rum. Ja, die schießt man um die Haupttür auf. Nur noch 15 Sekunden. Ja, äh, ich hab... Wo ist das? Wir haben noch Kapital. Wo B-Typ? Oh, fuck. Haben wir noch Hälfte? Super, passi. Start, passi. Kann man mal so machen, ne? Die zwei sind ja auch schön in den Schuss gelaufen. Nice. Obwohl die wussten, dass du da sitzt. Also Monika wusste es auch nicht. Ja, aber keine Zeit. Schön aus. Ja gut, aber der andere war ja drin. Ja. Wie ist der? An der, an der, an der Hand. Ich mein. Die können runtergehen wieder, ne? Zu diesen... Ja. Bootsvorräte. Nichts wahrscheinlich. Ach, shit. Komm. Städte, die spielen jetzt sowieso wieder mit Puls. Das hat ja grandios Berlin funktioniert von dem Arsch. Boah, wie Stefan und Pasi unser Team tragen, ne? Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ja, Osten und Westen, eine Symbiose. Vollständig mal nicht ne Dreckige Oasi, wisse. Ne, jetzt bist du nur ne Scheiße spielst. Unten sind die unten? Ja. Sehr schön. Garantiert. Ja, Puls, ja. Und Deutscher und Franzose noch. Und Puls auf jeden Fall. Ja, Puls war ja wohl ein safe call, ne? Äh, irgendwie einer fehlt aber noch. Ja, falsche, höchstwahrscheinlich. Ah, bin schon froh. Nichts der Franzose, zwei Deutsche, Puls. Ja, einer fehlt immer noch. Fünf Sekunden. Äh, Bandit ist oben, bei der Doppeltür. Äh, könnte auch Flurrichtung, also... Genau. Also, bei uns beiden, die gespawnt seid. Ja. Du uns? Naja, hier da, die Fall... da. Ja, der ist rausgelaufen, der ist jetzt, äh, Treppe oder, ähm, Falltierraum. Ja. Ja. Die gucken schon in der... Ja. Achso. Komm ich nicht an mit mir in der Drohne. Ja, Tür ist auf da, Franz, aufpassen. Seltsche. Oben. Die Doppeltür hier hinten. Gleich geht das Licht aus. Jo, drei Schockträte. Äh, Keller. Also Garage, einer auch gucken. Ist zu, Garage ist keiner. Ich hab das Stromlinge zerschossen, der kann den Trick nicht mehr machen. Ich hab's ihn aus der Hand geschossen. Hab denn, ob das geht? Naja, der hat's gerade hingelegt, wollte es wieder aufheben. Hab ich geschossen und dann war er weg. Oh, da ist Puls, Puls ist oben bei der Treppe. Bei der Treppe, ähm, also zum Laufen, Lukas. Genau da oben, da liegt der sogar. Scheiße, ey. Ich hab den nur angefragt. Also jetzt noch ein zweiter hier im Raum. Der hat Schottie, ne? Pass auf. Ja, ja, deshalb hoffe ich, dass er mich jetzt irgendwie mit seinem Scan sieht und versucht, mir zu snacken. Ich hab mich auch keine Lust hier. Nein. Pass aufgegangen. Ja, von wo? Von oben. Da. Ach, dann ist der Puls da weggerannt. Ne, der Puls hat dann nur UMP und der hat gerade eine geholt. Ja. Oh, hier war noch einer oben. Also müssen zwei unten sein. Ne, der Puls war auch noch oben und durch die Gegend. Echt? Echt? Ach, dann war der jetzt. Also. Da ist Puls, siehst du? Da ist Puls. Da ist auch noch einer. Ja. Da kann nur unten einer sein. Ja, eben. So im Nebenraum ist auf jeden Fall ein Schild. Unten. Ja, nein, dann. Nein, der hat sich gerade aufgeschlagen. Druck machen. Druck machen. Ich kann aber nicht reinen. Weil, 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 weil. Weil sind zwei oben. Oha. Ja, der eine ist ganz oben. Ah, der stand hinter dieser fucken Palette, ey. Jawohl, und rein da. Da steht da, ne gesehen hat. Oh. Und rechts ist clean. Rechts ist clean. Okay, komm dann da rein. Komm dann da rein. Puls, komm. Alles, Puls kommt nach hinten. Der probiert durch die Wand. Aufpassen wieder. Scheiße. Ja, ich muss erst mal gucken, dass ich den vorne hole. Der geht mir mit seinem scheiß Puls ein bisschen auf den Sack, ey. Okay, müssen wir jetzt auch nochmal den Keller probieren, ne? Aber, äh, spielt ihr echt schön defensiv gegen die, ne? Weil das, also... Also, eben hatten die Fuse, ne? Da müssen wir jetzt aufpassen, dass die uns nicht... damit kaputt machen. Mh. 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 ich werde stetig ausgedroht hier die tür geht schon auf welche tür ich komme rein ich kann nicht zwitschrohne habe ich ich muss runter kommen die drohe mich die ganze zeit aus da ist einer also den flürf in der ecke oben aber also neben raum denn ja ich bin jetzt ich habe safety first gemacht nur wegen für es halt aber den verloren ist jetzt über uns ist ja bewegt euch dann wenn die entgegengesetzte ecke die sind hochgegangen über die mit er hat auch nicht ich habe die ladung noch gekriegt treppe 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 bin ich da nicht darf stefan ist gut auch von wo hat er geschossen alter twitch ist hinten die türe ich habe die nicht bekommen die haben wir schon kunden ja die haben mich jetzt nicht zünden das war zwitsch da kommt noch einer Nice, da ist noch einer. Nochmal, schieß, schieß weiter. Ja, voll. Ich wusste gar nicht, dass man bei der Dreierwand außen von oben auf schießen kann. Also diesen Eschtrick sozusagen. Wusste ich auch nicht. Da haben die mich richtig geholt. Ich stand hinten in der Ecke dann. Aber das war wenigstens mal ein tightes, enges Match. Keine Angriffsrunde gewonnen, ne? Gut, dass wir jetzt mal immer verteidigen mussten. Wie, doch? Doch, wir haben eine Angriffsrunde gewonnen, ja, stimmt. Doch, doch, eine. Ja, oben. Ja, gute Runde, wie war? Ja, ich hab mich von euch tragen lassen. Dafür bin ich nicht jede Runde gestorben. Nee, auch nicht. Ah, Franzi. Keiner. Ja, er hat nicht überlebt. Daniel ist eben nur rausgeflogen, damit er seine Statistik verbessert. Also, damit er nicht so... Ja, ja, damit du mal vor ihm bist. Nee, 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 nee. Damit er nicht hier 1-5 hat. Deshalb ist er eben rausgegangen extra. Das war ja auf jeden Fall eine lange Runde. Ja. Später war's denn. Oh, ja, oben, 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 oben. Ja, das war ein spannendes Match. Gleich geht's weiter, ne?